moin moin ihr schnittchen und herzlich willkommen in 2023 und damit frohes neues jahr eigentlich hatte ich vor vor ein paar wochen schon ein best of 2022 rauszuhauen das haben aber diverse dinge verhindert ich hatte überhaupt keine zeit dafür aber jetzt ist es soweit 2022 war für mich ein super turbulentes verrücktes jahr es ist viel schlechtes passiert es ist aber auch unfassbar viel gutes passiert ich war ultra viel unterwegs danke an alle die irgendwie mit dabei waren die mich mal begleitet haben mit denen ich unterwegs sein durfte an die mark von golden tapes den epidemics jan an die von dr coaster den sven die litzigen podcast bro und uschi von right review den tom den mawin den porti wenn es da noch so alles gibt keine ahnung den tobi mit dem ich auch in finland war es ist super 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 viel passiert dieses jahr wird denke ich nicht so ultra viel passieren wie letztes jahr das war schon ein bisschen übertrieben glaube ich ja aber nichtsdestotrotz mit diesem video möchte ich das ja einfach mal zusammenfassen das war super super krass ich freue mich auf dieses jahr auf alles was da so kommt auf alle bahn die neu eröffnen auf alle leute die ich wieder sehe die man neu kennen lernt etc pp und damit würde ich sagen legen wir einfach mal los und wir sehen uns bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.